Eine Marke muss leben. Das kann kein theoretisches Konstrukt sein. Und die Marke lebt eben durch die Menschen. Und die Menschen sind einerseits natürlich die Comedia-Mitarbeiter, die bilden die Marke, aber es sind auch unsere Kunden und Partner, die genauso Comedia repräsentieren können. Comedia lebt davon, dass wir von unseren Kunden, von unseren Partnern weiter empfohlen werden. Und da ist es auch unser Anspruch sogar, dass wir das Feedback, was wir bekommen, aktiv suchen von unseren Kunden, um einfach besser zu werden, um unsere Produkte besser zu machen.